hallo leute und willkommen zu einer folge let's play minecraft und ich bin das kind der hier rumfliegt und macht und tut ich bin der der kommentiert und ins kind tötet nicht gehen was donner so wir haben eine zwischensequenz letzte folge gehabt und wir machen wir weiter wir sind bei delta also wir sind auf jeden Fall krass besser geworden wir haben jetzt das in einer folge gemacht also heftig okay wir sind jetzt hier oh ein riesen neta portal naja gut also ich habe vorhin also ich habe schon immer das genau gesagt gefühlt sind wir haben wir so einen krassen fortschritt gemacht dass ich einfach schon merke wir sind nicht mehr schlecht also kein vergleich zu vorher das läuft ziemlich gut wir haben vier raketen gerade ich habe schröpfer einfach safe spielen was ist los was ist hier los ich war richtig kacke auf einmal yo was ist los was ist hier los ich war richtig kacke auf einmal yo ähhhhhhhhh ach da oben Alter, also heute ist so ein Tag, also was ist los? Das Leben meint es richtig gut mit mir. Schade. Ich darf nicht abbremsen. Ich brauche den Speed, um durch diesen Ring zu kommen. Aber seitdem wir hier gut vorankommen, bin ich richtig so im Glauben, ey. Wir rocken das. Okay, da muss ich wieder nach oben. Ich muss irgendwie Schwung nehmen und dann nach oben. Das ist der Plan also. Und ich kriege nur eine Rakete, die brauche ich auch für die Stelle. Es ist Zeit für pure Geschwindigkeit. Na, so geht keine Geschwindigkeit. Naja, das reicht nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das schaffen. Natürlich Instant-Death. Aber wäre ich durch den Ring gekommen, hätte ich einen richtig krassen Speed gehabt. Warum ist hier so eine Schmutzfliege, die in meine Nase fliegt? Geh weg! Längst ab! Okay, wir waren zu gut. Das höre ich auch selten. Oder was wollt ihr fliegen? Ihr geht mir auf den Piss! Wo kommt ihr eigentlich her? Ja, aus der Natur. Ich weiß. Ich habe nicht mal Essensreste hier. Was wollt ihr von mir? Ich stinke nicht mal. Ich rieche nach Deo. Schade. Aber wir sind gar nicht so kacke. Wir sind einfach dann hier so und da runter und dann sind wir auch schon wieder im Ziel. Das läuft! Das läuft! Das ist eigentlich, glaube ich, nur die eine schwere Stelle. Die war jetzt meistern müssen und dann ist super. Okay, Standbild. Danke. Nee, mit dieser Geschwindigkeit wird das nix. Boah, diese Geschwindigkeit war richtig geil. Jetzt habe ich gleich nur mit zu lange nach oben geguckt. Mein Handy ging gerade aus, weil ich es immer noch nicht geladen habe. Hä? Wie soll ich denn schneller sein als diese Geschwindigkeit? Ich glaube schon, dass wir das richtig machen. Wir schaffen es aber noch nicht. Und ich versuche wirklich so schnell wie möglich zu sein. Sein Bein juckt. Ich helfe, du kratzt, myself. Komm, komm, komm. Schade. Dann können wir hier auch schon mal üben. Natürlich sterbe ich, weil ich falsch ringgegangen bin, ne? Ach, Mann. Warum darf man nicht einfach durch nicht, ähm, also die falsch ringgekommen, warum darf man dadurch doppelt durch? Okay, wir haben gesehen, auf jeden Fall ist es machbar. Ich habe damit nicht gerechnet, dass wir es schaffen. Ich wollte versuchen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt raus, wie das geht. Wir müssen so früh wie möglich nach oben gucken, so, damit das funktioniert. das schaffen wir. Ich sehe es, komm, wir werden es irgendwann schaffen. Nein, das war, das war richtig gut. Ich habe total verkackt. Ich war gerade in meiner Gedankenwelt ganz so anders, in ganz anderen Gedanken. da war mit mir los, auf einmal. Weißer, diesen Ring, den muss ich üben. Wenn ich bis dahin mal komme, schaffe ich es auch zu üben. Wir sind immer nicht so geschmallig da durchgekommen, wo wir eigentlich durchkommen wollten. Ich dachte gerade, wir schaffen das tatsächlich ohne Rakete. Das wäre jetzt ganz schön wild gewesen. Ach man, da war super gut. Glaube ich. Ne, ich habe nicht genug Speed, ich brauche es gar nicht versuchen. Ach fuck, das war schon geschmeidig, das wäre richtig gut gewesen. Also wenn ich nach, wenn ich, bevor ich den Ring da, wo wir gerade gestorben sind, ähm, davor, äh, bevor ich durchfliegen nach oben gucke, komme ich auf jeden Fall immer hoch genug. Das habe ich registriert. Ich mache mir um den Ring dann nachsorgen, dass ich da verkacke. Warum ruckelt das hier manchmal? Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Hä, das sollte eigentlich klappen, ich war voll schnell. Autsch! Gleich 69 Tode schon. Ah! Der Konte der Konte datt Bueno Skinner und mit den Handbaten gibt es die Pfeil. Ah! Der Konte der Konte wie ich häst die Konte als auch. Lass Sack bei mir Oh! Wie wie ich war es war richtig wildlachs man da fehlt wieder ein stück nah wie du bist du gott sei dank arbeit heftig war schon schwerer aber wir haben es geschafft wir sind als dass sie das waren der guck mal was wir da in allen eingeschafft habe ich jetzt partie geschafft also macht's gut wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein